Was ist los? Ich kann nicht schlafen. Und wieso nicht? Ja, mich beschäftigt etwas. Und was? Also Stefan, der hat natürlich gesagt, du hättest es nicht schlecht gemacht. Okay, und was ist das Problem? Nicht schlecht, das ist halt auch nicht gut. Das macht mich fertig. Ja, aber wie hast du es denn gefunden? Ja, nicht schlecht. Ja, dann stimmt doch alles. Ja, ich finde es trotzdem blöd. Okay, also dann schauen wir das jetzt zusammen an, Punkt für Punkt, was wir besser machen, damit es das nächste Mal dir gefällt. Okay? Ich gehe mit Hermann die einzelnen Punkte durch. So, jetzt haben wir alles sehr viel notiert. Nächstes Mal, wenn wir das erreicht haben, dann bist du zufrieden. Egal was die anderen sagen, das ist okay. 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 Deal. Super. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Und pl Louis wird hier auf Woman. Was ist das?